Ich geh gleich kurz pennen und dann bin ich wahrscheinlich erst mal wach. Ja, das ist doch schon mal ne Ansage. Dann können wir bis morgen viel durchzocken. Auf jeden Fall. Abfahrt. Abfahrt. Vivi, hello. Shortstream, by the way. Aber ja, vielleicht später dann nochmal Woe. Oder so. Ha? Ich bin's, die Tentina. Guck mal den Hesern an. Oh, oh. Ich wollte gerade gucken, aber oh. No. Ein bisschen verbrannt. Slurpy oder Steamy? Mir beides recht. Beides? Beides. Beides, dann landen wir jetzt in beidem. Beides können. Nein? Nein? Okay. Zup, 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 zup. Ich muss noch ne Loot-Dorp öffnen, auf jeden Fall. Einen einzigen. Ich muss noch neun Kopfgelder abschließen. Echt? Also damit bin ich sowas von durch. Ich nicht. Ich muss mit nem Sportwagen 88 km fahren. Das ist easy. Einmal Turbo Boost rein. Turbo Boost und dann geht das ab. Turbo Boost. Turbo Boost. Ob einer auf dem Parkplatz steht. Stimmt. Das hast du innerhalb von zwei Sekunden drauf, die Geschwindigkeit mit Turbo Boost. Turbo Boost. Ja, wir sind voll. Wir spielen Durst. Ja, ich bin voll. Ich trink Bier. Guck. Tüskie. Ja, Mann. Ich spiel jetzt 30 Minuten. Da brauchst du dich gar nicht jetzt irgendwie nochmal rein zu nerven, Junge. Ich bin kein Sportwagen. Damn. Ab Fwok. Wie soll ich damit festmachen? Turbo Boost. Schlechtes Spiel. Wait a minute. Fischen, fischen, fischen. Schischen, schisch. Schische, Pizza, Pizza Pete. Triff Schwachstellen. Lande bei Pizza Pete. Ja, super. Sagt er mir jetzt, weißt du? Oh. Oh. Also, triff Schwachstellen. Das soll ich mal in der Reihenfolge. Ist ja wohl ein bisschen wie billig, oder? Okay, die Schwachstellen treff ich irgendwie nicht. What the hell? Okay. Na gut, dann ist vielleicht noch ein Level ab drin. Ja, Mann. So sieht's aus. Echt. Das wird der kürzeste Stream ever. Also, ich schätze mal, mein Kollege kommt oben. Fädel vor. Dann muss ich aufhören, weil da muss ich drüben das Notebook aufbauen, damit wir dann, ähm, in Zoom die Kamera am Start haben und alles. Ja, und deswegen, ähm. Ich würde's ja hier machen mit der VR-Camp. Aber ich hab halt auch keinen Bock, mich hier den ganzen Abend weiter weg in dieses Grelle-Licht zu setzen. Hier ist jemand irgendwo? Irgendwo. Hier? Alter. Hopfer, komm her. Alter, treff doch! Jawohl, Andy. Heddy! Bisch! Komm, Alter! What am I shooting? Alter, das ist ja mal sowas von Bot. Activate Fail! Epic Fail. Epic Fail Games! Achso, das meinst du. Ja, nee. Wirklich. Hier geht nix. Hast'n gedowned? Mbien. Sogar getötet. Mbien. Ja, also jetzt noch 25 Minuten. Gefühlt. What, what, what? Wo, wo? Komm mal her. Komm mal her. Warte, nimm erst das Med-Kit. Ja, 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 ja. Hast recht. Hätt' mir über... über Buberella geschrieben. Ice Freak? Nein, definitiv nicht. Ich streame nicht nur bei YouTube. Bei YouTube kann sein. Nein, aber ich bin heute nicht langer und ich sag's gleich. So, jetzt aber. Ham! Oh, Airpig. Kein, kein Shippard-Wagen für uns. What is this sorcery? Yoink. Ähm. Kevin. Kevolution. Ja, komm, dann lass mal fahren. Arten. Das war jetzt eine sehr spontane Entscheidung mit Void. jetzt zu spielen. Ich hab' ihm nämlich eben geschrieben, Fortnite, Mami! Kurz. Und er hat gesagt, ja, okay. Ne? So lief das. So ungefähr, ja. Ja. Und dann, genau das. Wie weit sind wir denn bitte weg? Okay. What, what? Was ist denn? Bobby markiert? Ah! Fluffsuss. Fluffsuss! Okay, let's anim's on Fluffsuss. Ich hab' halt irgendwie keine geilen Waffen. Fahr, Fluffsuss. Okay. Wie es einfach kein Auto überleben würde. Da ist er, Fluffsuss, oder? Okay. Oh, irgendwer die Sneap vom... Ne? Mongolorian. Ja, genau. Ja. Oh, er hat sie. Scheiße. Okay, cool. Fluffsuss. Ich hab' echt nichts. Fast nichts. Zehn. Warte, warte, das ist ein Freund. Ja, haben gesehen. Boah! Jawoll. Ah, sus. Oh, ja, natürlich. Direkt inhaliert, ne? Wow. Fluffsuss. Äh, ja. Ne, nicht der Verband des Haktics. Ja, tschüss. Komm, 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 komm. Dann nehmen wir noch das. Äh, das. Und, äh, äh... Nee. So, jetzt. Okay, gut. Alles klar, go. Sus. Äh, Muni. Das Jetpack hat er auch? The hell? Ich glaub, das war da drin. Ah, das ist, das ist, das ist. Wie denkst du so? Äh... Der, der baut nicht. Hallo? Doch, der hat oben drüber gebaut. Toll. Du fluffst los. Äh, so. Oh. Beats Connect. Oh Gott, halt die Fresse, Mann. Wusse, 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 wusse. Sorry, ich hab's schon wieder vergessen. Danke, Jan. Danke. Da ist ein Verspiel. No, no, no. It's not a scam. It's not a scam. No, no, no. What's happening there? Ah. Ich hab Y gedrückt in der Bautenboden. Das ist auch sehr schön. It is. Jawoll. Down, bitch. Oh shit, der kriegt mich. Where are you? Oh, da. Es ist, es ist, es ist, es ist, man hört ein, ein, ein Kill oder so, eine, eine stirbt. Wow. Zwei Sekunden später kommen von allen Seiten 50 Teams auf die Seite. Ah. So ist, äh, legendäre Pistole. Okay, wunderbar. Du so, hello. Naja, das war doch schon mal okay. Wir müssen bei Beat Burgers. Nein, was? Pizza, Beat. Wie? Beat Connect. Du weißt, wo der ist? Gut. Lass mal da landen. Und dann, was müssen wir dann machen? Nur landen? Nur landen. Du musst nur landen. Awesome. 10.000 EP für nix. Great. Die Pizza, Beat. Wenn du die Schweren des Schießens bewegt, sinkt deine Zielgenauigkeit. Really? Echt? Die Tipps sind so für'n... Sorg. Egal, jetzt hab ich schon wieder den Pilzprügel. Also du weißt, wo, ja? Aber wie cool siehst du denn aus? What is this? Ah, nee, 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 da. Ah, ich bin... Roboter. Oh yeah. Da ist der Pizza, Beat. Na gut. Ja, ist okay. Hey, das war... War die erste Runde gerade, ne? Und dann wahrscheinlich schon fast die letzte. Hey, du dich noch ein Prügel. Genau das. Die Maschen am Prügel. Alles, was mit Pilzen zu tun hat, muss ich mir in jedem Game sofort besorgen. Ei, gute... Olli, skaten. 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 Skate? Ah, das ist der Pizza, Beat. Sieht doch schon aus wie so Pizza, Beat. Auf dem Boden oder auf dem Dach? Wahrscheinlich auf dem Boden, ne? Ist egal. Naja, manchmal nicht, ne? Kennen wir ja. Lieber auf dem Dach. Naja. Jo, jo, grüße zu Rigge. Und Beat Connect. Yeah, that worked. Und dann? War noch irgendwas zu tun, ne? Pizza kauf, oder was? Er tingelt da rum. So, warum? Was müssen wir tun? Was tust du? Materialien sammeln. Ist das... Materialien sammeln, ja? Nein, ich sammle einfach nur Materialien. Ah, Füge Gegnern bei Pizza, Beat. Schaden zu, alles klar. Oh, hey. Was? DBD! DBD! DBD, du. Ich sehe es jetzt erst. Nachher gibt's Döner, ja. Aber die Pizza, Beat. Pizza, Beat. Dö, 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 dö. Hast du das gebaut? Ja. Okay. Ah, Schlörpfisch. Pizza, Beat. Un-fucking-beliebbar. Toll, Apfel. Apfel! Super. Geil, Äpfel. Ja, Mann. Ganze Arsch voll Äpfel. Was nommen? Schau nommen. Ich muss mal den Typen da drüben nehmen. Okay. Bin zwar komplett under-equipped, aber okay. Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht? Bien. In einem Sand-Robot. Sand-Bot. Hier. Wir müssen auf jeden Fall bei Pizza, Beat, jemandem Schaden zufügen. Dö, 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 dö. Wo ist der Typ? Ich höre, oder was? Ein Kolosäum. Irgendwer schießt auf mich? Das ist er. Down. Nein, das ist ja nicht. Warte, ich verhör ihn. Okay. Dann braucht man wohl nichts zu verhören. Wo ist der Kerl? Okay, wait, wait, wait. Das Haus ist im Weg. Ich seh ihn nicht. Jetzt haut er ab komplett, hä? Okay, he gone. He gone. Hat er seinen Homie zu Hause gelassen. Äh, hier liegen gelassen anscheinend, hä? Ich glaube aber, dass das nicht unser Ziel ist. Nee, es ist nicht unser Ziel. Er heißt anders. Ich föh ihn trotzdem. Weil, da muss ja sein Typ noch irgendwo sein. Und der hat so ein Jetpack gehabt. Nope. Nein, unser Ziel ist hier. Super. Schnell, schnell, schnell. Der hat wenig AP. Komm, schnell. Ah, ich bin so weit weg. Er hört mich, er hört mich. Er weiß, wo du bist. Macht ja nichts. Mach schnell. Ja. Got him. Lol. Der hat aber gar nichts mehr gemacht, ne? Der Typ. Nee, der stand rum, wollte heilen, hat es nicht hingekriegt. So wie du jetzt. Was? Ich heil doch gar nicht. Ich belebe dich wieder. Baby Shark. Baby Shark. Schweres Schadurben-Gewehr, das nehme ich doch. Yeah. Ich hätte ja noch einen Schlürfpilz für dich, aber ich glaube, den brauchst du nicht. Ich sehe schon. Und jetzt zurück zum Pizzabobby. Warte, musst du einem Gegner Schaden zufügen? Mh. Einem Imbisswagen. Einem Imbisswagen. Gegnern. Achso. Gegnern steht da. Dann, äh, dann baller doch einfach den Pizzapit an. Aber er ist doch kein Gegner. Doch, dann ist er ein Gegner. Er ist ein NPC. Ja, aber NPC ist denn das Gegner, weißt du nicht. Weißt du nicht, Mami? Okay, ich gehe das mal checken. Wehe, es stimmt nicht. Weil sonst würde ja da stehen, füge Schaden zu, eigentlich, ne? Du musst doch Schaden zufügen. Ja, aber ohne Gegner. Also in der folgenden Season war die Formulierung so. Egal. Ich schieße mal ins Gesicht, gucken wir mal. Was er dazu sagt. Mit viel, wahrscheinlich. Er rast komplett aus, ne? Jetzt ist er tot. Und das hat nicht gekauft. Oder hat er es gemacht? Hat er es gemacht? Habe ich gemacht? Habe ich gemacht? Ähm, nö, das hat nicht gezählt. Also, Gegner. Auf jeden, ja. Ich sehe einen Gegner. Ja, aber wo zum Arsch... Wo zum Arsch bist du? Da unten. Ich komme. Irgendwo da. Ah, da läuft er rum. Du bist hin? Ja, er ist in den Berg. Du-du-du-du-du-du-du. Ah, du hast das Jetpack gerippt. Klar. Da irgendwo ist er. Aber what? Wow. Warum schießt der auf mich, wenn du ihn anschießt? Was stimmt der mit dem? Ich habe ihn nicht angeschossen. Du hast ihn angeschossen. Ich habe... Ich habe eine Mission angenommen. Ich habe den nicht angeschossen. Ja, und dann... Also, ich glaube, das Menü hat sich gesch... Auf jeden Fall hast du ihn in die Fresse geschossen. Ich habe ihn nicht angeschossen. Ich habe ihn nicht angeschossen. Ich habe schon ein legendäres. Ah, er ist so gut. Gut. Oh, ja, super. Äh, wow. Wie viel Munition hast du für das Gewehr? Was für die AK? Ja. 119. Gib mal die Hälfte ab. Ich habe nur 30. Das muss genügen. Fast. Fast. Okay. Bobby Shark. Äh, okay. Irgendwo ist unser Etage hier. Ah, es bewegt. Maiskolbe. Ah, ich setze mich drauf. Ah, no can do. Wait a minute. Warum tust du das? Du nimmst sonst die Deckung, man. Was, wenn er hier drin ist? Er ist nicht hier drin. Guck mal, das ist gar nicht in der Zone. Der Scheiß, du lügst. Ja, jetzt nicht mehr vor dem Auto ist drin. Ja. Sharks? Äh, Sharks, genau. Mais? Kolben? In the butt? Du, 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 du. Der stirbt sowieso irgendwann. Aber am einfachsten kannst du das im Singleplayer machen, ne? Mit den Missionen, ja? Weil die einige jagte Person, wenn sie stirbt, auf jeden Fall tot ist und nicht gerest werden kann. Da geht das vollkommen automatisch. Ich hab das gestern gemacht. Habt ihr angenommen, bam, tot. Nächster angenommen, bam, tot, ja. Da habe ich, bevor überhaupt eine Stürme aufgetaucht ist, wahrscheinlich schon viel von den Aufträgen erledigt. Ohne was zu machen. Ist da ein Sportwagen? What, what? Alter. Ist jetzt da runter? Okay. Yala, yala. Hat zehn Minuten noch. Aber er hat sich in die Häufchen verwandelt, glaube ich, deswegen. War das unser Target, ja? Ja. Guck, der rennt jetzt von uns weg und jetzt kreisbewegt. Der kann was erleben. Noch besser, wenn sonst auf ihn guckt, wie schnell er sich bewegt, oder? Ja, ich häufchen mir jetzt auch einen rein. Wenn ich mal versinke. Heut noch! Okay, cool. Im Boden der Schande versunken. Er ist hier. Ja, im Haus. Da. Heilt sich. Was, 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 was? Du schießt auf mich. Nein, der ist hier drinnen. Ach so. Ja, okay. Ja, das stimmt. Da ist er, ja. Irgendwann hat er nämlich auch keine Matzen mehr. War das dein Target, ja? Ja, ja, unser Target. Ja, ich hab das, ja. Wird dir das nicht mehr angezeigt, oder wie? Ja, doch. Ja, weil du Gold dafür kriegst. Ja, Goldbarin. Dann können wir ja noch einen annehmen. Barin! Hello. Dr. Dex. Ja, Mann. Gut, dass wir wieder dasselbe gedacht haben. Bye. Bleib im Sandhäufchen hier unten. Tschüss. Gut. Geht's. Die auch? Okay, what the hell? Ah, da unten. Ah, da unten. Das hält nicht mehr lang, ne? Du fällst gleich runter. Ab einen. Ja, du hast da auch nichts nie, hab ich nicht. Na egal, ich hab einen Jetpack. Schön. Das Ding ist dezent overpowered, oder? Okay, ich muss gehen. Gotta go, bye. Fup. Dir auch, Ice Freak. I hope. Achso, die müssen jetzt eh zu dir kommen, ne? Warum renne ich eigentlich weg? Okay, down. Ah, da ist der andere. Und dead. Victor 1, nah, have. No, have. Have D.I.D. Ja, das Tarjay ist wahrscheinlich woanders. Das ist so. Du, 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 du. Fup, fup, fup. Das klingt wie die übelsten Blähungen. Fup, fup. Wenn du so kurzen Abständen machst, mach ich. Ja. Ups. Upsi. Sandhaufen. Scheißhaufen. Nee, Sandhaufen. Where, 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 where are there? Voll in die Fresse. Peng. Okay. Nee. Er lebt noch. Wo ist denn? Da oben, ne? Ich bring das Ding zum Einstürzen. Ah, hier ist er bei mir. Ich hab keine Mats mehr und er hat sich weiter. Das gefällt mir nicht. Das ist uncool. Shit, ich hätte noch einen Slurpfisch gehabt. Okay, nice. Komm zu dir. Mioink. Look at it. Ich lebe nur noch zwei andere. Okay. Dann wird's jetzt interesting. Ich komm sofort. Sofort. Ich bin mit dem Matkit. Mhm, mhm. Okay. Und weg damit. Matkit entsorgt. Ich muss los. Du, 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 du. Ja, allzu weit weg können sie ja nicht sein. Lad nach. Da portet sich einer. Immer lang. Oh, shit. Komm schon. Okay, dann ist nur noch der da drin. Da. Got him. In his fucking face, alter. Meinst du mich? Ich bin ein Häufchen. Ich liege da rum. Guck. Da. Ne, man. Versunken. Oh shit, ich muss eigentlich aufhören. Ne, das war's. Ja, man. Ja. Zurück. Zur Lobby. Ja, äh, abbreche Lobby. Später. Aber das war gut, ey. Aber das war gut, ey. Widersch. conjun gewesen. Ja, da. Untertitelung des ZDF, 2020